Nummer 3. Dies ist ein komplettes Set, damit Sie alles bekommen, was Sie für eine moderne Dusche benötigen. Sie wird nicht für den Einbau in Badewannen empfohlen und bietet eine schwarze Handbrause und einen Brausekopf mit hochwertiger Chromoberfläche. Alle Beschläge sind aus ABS und einem Umsteller aus Messing, der für eine lange Lebensdauer verchromt ist. Er hat eine Klemmleiste aus Edelstahl und ist ausziehbar für maximale Vielseitigkeit. Er kann in einem Temperaturbereich von 0 bis 85 Grad Celsius arbeiten. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Wenn Sie ein komplettes System zur Regulierung der Wassertemperatur beim Duschen suchen, ist dieses Modell ideal für Sie. Es ist ein komplettes Duschsystem mit Thermostat, Duschkopf und Handbrause, mit dem Sie zu einem günstigen Preis bekommen, was Sie wollen. Sie bietet einen ausgewogenen Wasserfluss mit verschiedenen Düsen und ein angenehmes Gefühl von Sommerregen auf der Haut, so dass das Duschen jederzeit viel mehr Spaß macht. Er ist mit einem System namens SpeedClean ausgestattet, mit dem es zu keiner Ansammlung von Kalkrückständen im Duschkopf kommen wird. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Es ist zweifellos eine der besten Optionen, die Sie auf dem Markt finden werden, zumal es sehr einfach zu bedienen ist. Dieses Produkt hat eine klare Gebrauchsanweisung, die es Ihnen ermöglicht, es schnell und einfach zu verwenden. Außerdem verfügt er über eine Wassersparfunktion, die den Wasserverbrauch in Ihrem Haus reduziert. Er verfügt über einen doppelten Verbrühungsschutz, der es Ihnen ermöglicht, immer eine konstante Temperatur zu haben. Und das alles dank der patentierten Technologie, die als Turbostat bekannt ist. Sie ist sehr leicht zu reinigen, was Ihnen viel Zeit spart. Und hat ein verkromtes Design, so dass Sie die höchste Eleganz in Ihrer Dusche genießen können. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt.